ah jetzt können sie mich hören hallo mein name ist fabian fischer ich bin fürs business development bei nexoma zuständig und stelle nexoma jetzt gerne vor also los geht's ja wir lieben was wir tun das ist unser leitspruch in unserem ganzen tun und handeln wir sind ein verrückter haufen zusammengesetzt aus projektmanagern software entwicklern software architekten mediengestaltern und natürlich unseren azubis wir sitzen im schönen sauerland umgeben von seen bäumen wäldern bergen der ruhrpol deutschlands und wir in neheim sind das tor zum sauerland ja was tun wir wenn wir nicht von unserer region schwärmen wir begleiten letztendlich die perfekte lieferkette die content supply chain also produktdaten kommen von den lieferanten über ein lieferantenportal die daten werden verteilt in die jeweiligen systeme wie ein pin system ein erp system ein damm system und von da aus erfolgt die ausleitung und der export über elektronische kataloge und print kataloge in die systeme der kunden oder in die große weite welt sprich auf marktplätze in shops plattform alles was man sich denken kann und wo man vertreiben möchte zentraler punkt hierbei natürlich die kombination aus print katalog elektronischen katalog und wir danken werk zwei dafür dass sie den print day jedes jahr wieder neu gestalten aufrecht erhalten und supporten das gerne und der digital preview eine super ergänzung zum richtigen print day freuen uns bis bald hier von exoma